Geisel-Name? Wer? Weg mit dieser Scheiße! Und ich mach diesen Scheiß-Tüten geil! Nein! Wer ist der andere? Ivan. Ivan? Ivan Nummer 2. Das ist Ivan Ibramovic, der Kopftop ist immer wieder hier. Und er macht wirklich auch eine sehr schwierige Biographie. Das ist Lenin? Ne, es ist eigentlich... Nein, 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 nein! Das war eigentlich Freud. Lenin war kein Freund. Nein, ich werde ganz bestimmt mich das SDK anrufen! Wissen Sie, wie der Justizsenator sein neustes Magenespür genannt hat? Dr. Georg Tempels? Wurde ist die Größen! Was? Ey, ey! Kein Problem, er ist ein Witschfigur. Er macht nichts. Würdest du Butterbrust machen damit oder was? Was? Also, jetzt können Sie mal beweisen, dass jeder therapiefähig ist. Jeder! Bitteschön! Außerdem will ich ein Borschtag für die Kantine! Was Borschtag? Was ist das für eine beschissende Forderung, ja? Sag doch Nuppen! Sag, ich will Nuppen, ja? Oder 1 Million Euro, ja? Sag, du willst ein Helikopter nach Kuba! Ich will ein Borschtag! Und eine Million Nuppen! Ja, das war's! Ich will ein Borschtag! Alles ist gut! Ich habe es ja da. Ich will ein Borschtag. Ich will ein Borschtag! Ich will ein Borschtag! Ja, ich will ein Borschtag! Ich will ein Borschtag!